Und live in unserem Interviewstudio ist jetzt NEOS Parteichefin und Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Tür. Frau Klubobfrau, die NEOS stimmen im EU-Parlament für eine Resolution für einen Importstopp von russischem Gas. Sollte Österreich also sofort den Gashahn aus Russland zudrehen? Also zum einen muss ich sagen, das war ja heute eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament für diesen sofortigen, für diese sofortige Embargo, auch parteiübergreifend. Und ich halte das für ein sehr wichtiges Signal. Warum? Wir alle wollen Frieden und den sehr rasch. Und zwar aus folgenden Grund, weil auch das Nichthandeln oder ein Fortführen des Krieges einerseits moralisch, wir sehen die Bilder aus Butscher, wir bekommen täglich die Bilder auch aus anderen Städten, Mariupol, wo wir noch nicht einmal wissen, wie viele Zivilisten schon hingerichtet gestorben, im Bombenhagel gestorben sind. Wir haben eine moralische Verpflichtung hier aus Europa zusammenzustehen und unserem Freund der Ukraine zu helfen. Und also sollen wir das Gas sofort abdrehen? Es ist aber auch eine wirtschaftliche Frage, denn ein jahrelanger Krieg an der Grenze Europas hat auch Kosten. Und das kommt mir in der Diskussion immer ein wenig zu kurz. Faktum ist, wir finanzieren derzeit diesen aggressiven Angriffskrieg Wladimir Putins. Wir finanzieren damit auch die Kriegsverbrechen, die passieren. Und darum geht es. Es geht jetzt darum, dass wir rasch für Frieden sorgen und vor allem diese Finanzierung stoppen. Wir haben hier schon seit Tagen, und jetzt konkret zu Ihrer Frage, oder Wochen Vorschläge gemacht. Österreich muss hier wesentlich entschlossener auch für Sanktionen beitreten. Da gibt es viele Stufen davor. Das beginnt bei den Oligarchen, beim Einfrieren von Vermögen, wo ich mir deutlich mehr Entschlossenheit erwarte. Aber es geht eben auch um die Frage von Öl und Gas. Das muss man ein bisschen trennen. Keine Frage. Also Öl trifft uns weniger als Gas. Beides trifft uns wirtschaftlich massiv. Sollte Österreich nicht dazu bereit sein, so wie das auch Deutschland, dann schlagen wir seit Wochen auch das vor, was jetzt die estnische Ministerpräsidentin heute vorgeschlagen hat, nämlich die Zahlung auf ein Treuhandkonto. Damit kommen wir unseren Verpflichtungen nach. Aber es ist völlig klar, dass wir damit stoppen, die Finanzierung dieses aggressiven Angriffskriegs und der Kriegsverbrechen. Niemand weiß, ob Wladimir Putin danach noch Gas liefern würde. Mich würde aber interessieren, was würden Sie denn wollen, was würden Sie denn fordern? Sollte Ihrer Meinung nach das Gas sofort abgedreht werden? Sollte die EU, sollte Österreich das Gas abdrehen? Denn das hätte ja enorme wirtschaftliche Folgen für Österreich. Eine schwere Rezession wäre die Folge bis hin vielleicht sogar zu möglichen Blackouts. Die Arbeitslosigkeit würde steigen. Könnte sich das Österreich überhaupt leisten? Also mehrere Dinge. Sie haben es selber angesprochen. Das Risiko besteht, dass Putin das Gas abdreht. Das Risiko besteht ohnehin. Auch darauf weisen wir jetzt schon seit Wochen hin, dass das natürlich ein möglicher Eskalationsschritt, Aggressionsschritt ist Putins in diesem Krieg. Und ich warne davor, dass das im Oktober oder November passiert und sage auch deshalb schon seit Wochen, dass es endlich einen Plan braucht, diese Regierung, was passiert, wenn das Gas abgetreten ist. Das ist auch nicht jetzt aus der Luft gegriffen. In der Ukraine ist genau das auch einmal passiert. Zum anderen, es geht darum, diese Finanzierung des Krieges, also die Finanzierung von Bomben, die Finanzierung von Munition, die Finanzierung letztlich von Kriegsverbrechen. Und wir werden uns auch vor der Geschichte rechtfertigen müssen, in dieser Frage zu stoppen. Österreich ist wie kaum ein anderes Land abhängig vom russischen Gas. Und Sie haben völlig recht, das hätte dramatische wirtschaftliche Auswirkungen. Das heißt aber nur damit, wir es konkret machen. Österreich sollte sofort, möglichst schnell oder sofort oder möglichst schnell aus russischem Gas aussteigen. Ich habe zwei Dinge dazu. Lassen Sie mich bitte auswählen. Erstens einmal, Sanktionen. Also ich höre da immer den Satz, Sanktionen sind nur dann sinnvoll, wenn sie dem zu Sanktionierenden schaden. Das halte ich für falsch. Denn wir müssen hier ein Stoppschild aufstellen. Und dieses Stoppschild ist nur dann glaubwürdig, wenn wir auch bereit sind, Opfer zu bringen. Aber zum Zweiten, ich habe das auch gesagt, der Vorschlag liegt von uns am Tisch. Es gibt zwei Alternativen zu einem gänzlichen Embargo. Das eine ist die Zahlung über ein Trauerhandkonto. Damit ist es auch aus mit dem Stützen des Rubels. Und darum geht es ja Wladimir Putin. Oder aber Strafzölle. Beide Vorschläge sind sehr konstruktiv. Und bei beiden Vorschlägen steht das Ziel im Mittelpunkt, rasch Frieden zu schaffen, weil die Alternativen auch wirtschaftlich enorm teuer werden. Jetzt hat sich Wladimir Putin bisher von den Sanktionen, die es ja seit 2014 teilweise sogar gibt, nicht beeindrucken lassen. Hat den Krieg in der Ukraine nicht gestoppt. Was macht Sie so sicher, dass eine weitere Steigerung der Sanktionen diesen Krieg dann beenden würde? Wissen Sie, Herr Thür, uns macht hier in dieser Situation nichts sicher. Und das ist die schwierige Situation, in der Politik ist. Politik muss auch in solchen Phasen Entscheidungen treffen, die auf Annahmen beruhen, auf Modellen beruhen, aber vor allem klar Leadership zeigen und ein Ziel im Auge haben. Und mein Ziel, unser Ziel als NEOS ist ganz klar, dass wir rasch Frieden wiederherstellen. Und zwar unter der Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Es ist damit auch ein Angriff auf unsere Werte und ein Krieg unmittelbar vor der europäischen Haustür. Und Sie haben auch recht, die Sanktionen haben bis jetzt nicht die Wirkung gezeigt, die wir alle erhofft haben. Putin ist nicht an den Verhandlungstisch gezwungen. Aber ich frage Sie, was ist die Alternative? Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, dann besteht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg fortgeführt wird. Dass wir weitere Kriegsverbrechen sehen. Dass abertausende Menschen sterben werden. Kinder, Frauen, Männer. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg überschwappen wird und wir sehr wohl auch Instabilitäten in Europa sehen werden. Daher, wenn man handelt, dann muss man jetzt handeln. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder militärisch, das wollen wir aus gutem Grund nicht, auch als neutraler Staat. Und auch die NATO ist hier zu Recht zögerlich, auch wenn wir jetzt eben gehört haben, dass hier doch weitere Schritte geplant sind. Oder eben wirtschaftlich. Das ist eine scharfe Waffe, die muss man nur klug einsetzen, mit kühlem Kopf. Aber die Vorschläge liegen am Tisch. Und ich erwarte mir hier von Österreich, sich nicht hinter der Neutralität zu verstecken, sondern eine klare Haltung zu haben. Weil Sie jetzt die Neutralität schon selbst angesprochen haben und es gut finden, dass Österreich sich wegen der Neutralität in diesem Konflikt nicht einmische. Sie fordern auch eine aktive Teilnahme Österreichs an der EU-Armee. Das heißt aber eigentlich real auch ein Ende der Neutralität, oder? Die Neutralität ist da auf einen Kern, nämlich die militärische Neutralität, wenn Sie so wollen, zurückgeschmolzen durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Österreich ist auch komplett beigetreten der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas und das halte ich für gut so. Jetzt ist gerade die Diskussion zu einer Aufstockung und zu weiteren EU-Battlegroups, Sie haben ja auch darüber berichtet. Und ich bin der Ansicht, dass, wenn jetzt auch die Diskussion ist darüber, dass das Budget für das österreichische Bundesheer erhöht werden sollte, das klar mit einem Bild gemeinsam in Europa passieren sollte. Das heißt mit dem Blick auf eine gemeinsame Beschaffung oder auch die Spezialisierung. Was meine ich damit? Wenn man so etwas aufbaut, und ich halte das für sehr wichtig, das zu tun in Europa, und auch, dass Österreich einen Beitrag leistet, dann muss man sich verlassen können auch darauf, dass Österreich hier ein verlässlicher Partner ist. Und dafür sind wir NEOS immer eingetreten. Frau Glober, Frau, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank.